Aufbauarbeiten für Anhalt International. Die Vorbereitung für die Ausstellung Anhalt International laufen auf Hochtouren. Im Rahmen des Landesjubiläum Anhalt 800 haben die Aufbauarbeiten in der Dessauer Marienkirche bereits begonnen. Damit die Ausstellung ein voller Erfolg wird, werden noch Interessenten gesucht, die mehr über die anhaltische Geschichte wissen und vor allem das Projekt unterstützen möchten. Noch bis Ende Juni finden immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr kostenlose Schulungen im Museum für Stadtgeschichte Dessau statt. Haben Sie jetzt Lust bekommen, die Ausstellung zu begleiten? Dann schauen Sie doch einfach mal im Museum für Stadtgeschichte vorbei.